Ach komm schon, fucking doppelt gesitzen. Grundsätzlich bin ich hier unten, ich hab keinen Plan, in welche Richtung ich zurückkomme. Das ist so übertrieben. So gut. Ich werde dich hier verschippen. Hoffentlich. Gut. Das wäre die Rechte. Ja. Okay, da buddel ich nicht. Du hast den ersten Block mit direktem Aber. So. Ja, Hühnerfarm ist soweit dann bestückt. Dann lass laufen. Ach, jetzt hab ich keinen Ritz und Torz bei. Ach nö. E.P. Snacken. Äh, ist in der einen Kiste tatsächlich vorhanden. Welche eine? Neben der Erzkiste. Wenn du durch die schmale Tür reinkommst, links, zweite Kiste. Das ist gelogen. Da sollten eigentlich nur welche drin sein. Ich glaub sie nicht mit. Du hast gesagt, da ist eine drin, da waren aber acht drin. Acht? Ich hab gesagt, da wären zwei. Ja, oder so. Aber acht sind drin gewesen. So. Das war zu langsam. So. Bäm, 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 bäm. Schade, ich habe gedacht, du hältst das die nächste Stunde noch mal durch. Ja, ich stehe hier die ganze Zeit jetzt davor. Alter, wie viel Eingang. Ne, selber zu sagen. Achso, nene. Okay, jetzt ist es alle. Zuanschränkend. Ich weiß nicht, soll ich da den Timer eventuell ein bisschen runtersitzen noch? Aber das dürfte eigentlich nichts ändern, ne? Welchen Timer? Da ist ja hinten dran, ist ja so eine Clock. So. Wenn ich die ein bisschen größer mache, könntest du tatsächlich die Zeit ein bisschen abändern. Sehr langsamer schießen. Das habe ich jetzt auch schon. Indem ich einfach die Dingens hier, Repeater, umstelle. Ja, auf der letzte Stufe. Du kannst aber, wenn du mehrere aneinander hängst, kannst du das noch mehr verlangsamen. Aber das geht. Aber wie gesagt, das dürfte ja eigentlich nichts ändern. Ob ich jetzt 30 in einer Minute raushaue oder 30 in zwei Minuten. Wenn da 30 Hühner drin sind, sind da 30 Hühner drin. Richtig. Ja, hast du wieder. Funktioniert? Warte mal. Alle drei Sekunden ein Tick. Ungefähr. Na, kommt hin. Wenn du die komplett ausfährst, meine ich, ist das sogar eine Sekunde. Ja, also ich habe jetzt alle vier komplett ausgefahren. Kann sein, dass es dann vier Sekunden sind. Apropos. Moment. Warte mal. Meine ich zumindest, dass die Dinger so geschaltet sind. Ja, das sind so zweieinhalb bis drei Sekunden ungefähr. Ungefähr. Ein Tick. Ein Tick. Der ist nicht schön. Du kommst auf, an welcher Tick das ist. Genau. Also ich finde das schon scheiße, wenn ich so einen Putztick hätte. Oder so einen Waschzwang. Es gibt nervige Ticks und es gibt welche, die sind halt da und stören keinen. Ja. So. Fingerknacken zum Beispiel. Ja. Ich habe aber auch einen schlimmen Tick, ey. Muss bei mir, also zumindest auf Arbeit und sowas, muss immer alles fein säuberlich in Reih und Glied liegen, ey. Ich könnte kotzen, wenn da irgendwie was durcheinander ist. Ja, auf der Arbeit geht's bei mir. Bin ich tatsächlich auch ordentlicher als hier, aber. Okay. Ja, also das ist ganz schlimm auch, das ist mir letztens aufgefallen. Ich lache halt auf dem Bett. Fernbedienung. Vier Stück. Halt, beziehungsweise drei und Handy halt. Klimaanlage, Receiver, normale Fernbedienung und Handy. Ne? Ne? Ich will aufstehen, will die wegpacken oder halt so am Rand legen vom Bett. Also das erste, was ich mache, erst die Fernbedienung, dann direkt davor die von der Klimaanlage, direkt neben der anderen Fernbedienung, die vom Fernseher die Fernbedienung und dann des Dingens. Was fehlt noch? Klimaanlage, Handy, keine Ahnung, auf jeden Fall. Alles fein. Schön in Reih und Glied. Ja, aber sowas von Reih und Glied. Apropos Reih und Glied, kommst du mal kurz hoch? Äh, ja, Moment. Beziehungsweise soll ich so eine Art so Abstufung machen bis zu der Ebene, wie ich wegbauen will, wo der Teich ist, oder soll ich alles wegfräzen und die Treppe runterziehen? Ich würde es nicht als eine Ebene machen. Also so ein bisschen abgestuft dann, okay. Aber warte, ich komme sofort hoch. Bin ich hier nochmal raus hin? Da. Selbstmord hilft gerne. Nee. Apropos Selbstmord, ähm, haben wir eigentlich den Spawn hier gesetzt an dem Haus? Äh. Das werden wir nie erfahren. Oh, wir werden doch nochmal. Was denn? Ich würde jetzt den Chat nicht mehr machen. Boah. Boah. Äh. Was willst du für ein Befehl? Find das schon. Sind ja nur neun Seiten. Okay. Zum Operator habe ich dich gemacht, hier auf dem Server, ne? Ja, ja. Okay. Also, na, zusammengeschrieben. Wie geht's, Brolle? Set Spawn Point, George? Mhm. Set World Spawn. Ja, oder so. Stopp. Startet jeder, der jetzt ohne Server kommt, müsste er einen Bauern noch stoppen. Okay. Erstmal kann ich den Schreiben, ey, 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 komm mal, ob das aber. Erstmal gucken wir, ob das funktioniert. Oh, wo kommen die Creeper denn alle her? Nee, nee. Okay. Eigentlich wollte ich ja ihn nicht wegbauen, aber gut. Dankeschön, Creeper. Fallen. Warte mal. Ready? Hm? Mittlerweile die dritte Kiste an Koppel voll. Nice. Erstmal hier schön planieren und terraformen. Brrrr. Aber da, wo dann halt der Weg ist und so, dann mache ich mit dem Detail, ich mache dann eine Ebene. Ja. Ich habe zwei, vor allem Hauptsache, die Musik spielt gerade, als wenn es Nacht wäre. Okay. Aber es ist Taghell. Es ist gerade... Ja, wir können, haben ja keine Sticks mehr. Ich habe noch einen Inventar. Ja, mit einem kombiniert. Das ist dann aber auch das Letzte, was ich habe. Gut. Ja, ein paar Bäume schlachten. Haare, so wie du. Ich bin natürlich das Letzte. Das hätte ich fast gesagt. Ich. Fülle ich das wirklich aus? Nein. Ich fülle es nicht aus. Wie, wer hat auch so ein Creeperloch, oder was? Ja, ja. Aber der hat ordentlich ein Loch gezogen, ey. Das ist, oder? Eins, zwei, drei, vier tief und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht lang. Eins, zwei, drei, vier breit. Und ich habe geguckt, er steht auf einfach. Okay. Das war das Erste, was ich... Hier wäre jetzt so meine erste Vermutung. Naja, nee, das wäre das Erste, was ich... Oder war das Erste. Oh, nö. Wenn, ne. War der in Egerat. Großer Baum. Das ist wahrscheinlich der, den ich schon seit, weiß ich nicht wie lange umgehe. Weiß ich nicht, steht da im Lagerhaus. Möglich. Ja, dahinter habe ich auch mal geholt, weil ich irgendwie zu faul war, weiterzulaufen. Wir brauchen übrigens Schwarzeiche. Ja, dann viel Spaß. Und so. Ja, kann ich ja, wenn du aufnimmst, machen. Warte mal, was sagt jetzt gerade meine Maus? Damit man das mal in der Aufnahme sieht, so heißt es an. Jetzt geht's. Komischerweise. Mal gucken, wie lange. Bis genau jetzt. Nee, noch geht's. Spätestens, wenn ich mich gleich bei Division einfach mega aufrege. Was machen wir, wenn es schön ist? Warte mal. Warte, 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 warte. Okay, ja. Können wir sagen. Was? Nö, ich habe nur geguckt, ob die erste Minecraft-Folge schon durch ist. So, dann ist das jetzt so. Was, 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 was macht, was nehmen wir denn gestern auf? Wenn man die Folge hier sieht. Wow. Voll so brainfucking. Voll so brainfuck, gerade. Was willst du von mir? Ja, genau, dat. The real Walla. Walla-Mogulist. Oh ja. Endlich habe ich es auch verstanden. Freunde, ich sitze dann so. Oh, was meinst du? Ja, und sage folgende Worte. Ich sage so, ah, was kommt jetzt bestimmt irgendein Bullshit. Walla-Mogulist. Aha. Es hat Klick gemacht. Ja, es wird noch öfter Klick machen. Das kann ich dir versprechen. Bestens immer, ja, äh, ja, äh, kennst, äh, wenn du, wenn du erzählst, ja, der und der Typ. Ja, Moment. Der, der ist eigentlich, das kann ich jetzt nicht sagen. Und wenn ich das dann sage und richtig liege, dann sagst du gar nichts mehr. Ja. Du bist so durchschaubar. So richtig so, fuck. Ja, ganz ehrlich, ich weiß selber, wie es ist, Spoiler in Game of Thrones zu kassieren. Das ist, äh, wie gesagt, gib mir ne halbe, ich sag mal so, ich hab die Folge zu Ende geguckt und ich wusste nicht mehr, worüber wir gelabert haben. Also über welchen Dude, so ungefähr. Okay. Wenn, wenn dann, wenn dann sowas kommt mit ihm, dann wird mir das wahrscheinlich wieder einfallen. Wie halt mit Walla-Mogulist. Ähm, weil da hab ich vorher auch null dran gedacht, dass jetzt sowas kommen könnte. Und, äh, dann ist es mir wieder eingefallen. Ja, aber ich muss aber dazu sagen, ich hab, äh, Staffel 1 bis 5 jetzt, glaub ich, 10 Mal geguckt. Oh, ho, 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 ho. Wow. Wow. Ich bin mal gespannt, was mit der Arya uns so paschiert. Ich könnte es dir sagen, aber ich finde es nicht. Ne, ne, lass es sein. Das, vor allem jetzt ist es Nacht, jetzt ist nichts an, äh, an, äh, 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 Musik. Also, es ist richtig. Ah, ich will mal F drücken für Flashlight. So, hier noch auffüllen. Häpp, oh, ha, war den. Er war noch in der Erde. Und wie tief ist er gesunken? Zweit Block. Nur, ich bin in der Höhle gelandet. Ich hab erst gedacht, da steht jetzt direkt ein Creep und sprengt sich in der Luft. Würde mich nicht wundern. Mich auch nicht. So, Ramschkäste. Oh, oh. Nee, nicht die. Wir haben doch keine Rüstung. Ich dachte jetzt schon, hä, wir machen hier eine Kiste auf. Ich wollte die Tür zumachen. Aber ich werde mir jetzt auch mal wieder eine Rüstung machen. Ja, wenn du noch genug Eisen hast oder Eisen bei hast. Muss mal die, äh, Glock so weit spinnen, dass das Ganze so, oh Gott, Zombie, so eine halbe Stunde, ein Tick oder so, ey. Das geht theoretisch. Ja, oder so alle 15 Minuten, da weiß man genau, einmal Klick gemacht, alles klar, Folge vorbei. Wenn es denn, wenn es denn hört. Wenn es denn her ist. Wenn es denn her ist.